Es sieht nicht gut aus, Richard. Es sieht, ehrlich gesagt, sogar ziemlich schlecht aus. Wie lange habe ich noch? Wahrscheinlich sechs Monate. Mein Name ist Richard. Ich bin Ihr Professor. Und jetzt an machen wir hier alles vollkommen anders. Falls jemand von euch Marihuana verkauft oder ihr jemanden kennt, der es tut, kommt ihr bitte mal in den Bürozeiten vorbei. Danke. Ich habe Krebs und es sieht gar nicht gut aus. Viel Glück bei eurem bevorstehenden Ende. Auf die Gesundheit. Du musst nicht auch noch sarkastisch sein. Unweigerlich dazu führt. Okay, stopp. Sie kriegen eine Zwei. Aber ich war noch nicht fertig. Hinsetzen. Was dagegen, wenn ich einen Joint rauche? Wollt ihr mich verarschen? Naja, vielleicht versucht er einfach nur ein bisschen Spar. Woher hast du dich? Wir sind gut situierte, weiße Amerikaner. Man verschreibt uns alles, was wir haben wollen, Schatz. Was ist hier los? Ihr seht aus, als ob ihr betrunken oder stoned seid. Es wird zugegebenermaßen ein bisschen von beiden. Wir müssen über gewisse Vorfälle reden. Ich bin Kanzler dieser Universität und... Du betrügst deine Frau, Henry? Mit der Frau eines hingebungsvollen Fakultätsmitglieds. Um es genauer zu sagen, mit meiner. Ist alles in Ordnung? Nein. Wieso seid ihr beiden eigentlich noch zusammen? Was ist nur mit uns passiert, Richard? Was mit uns passiert ist? Das Leben. Richard, das sind Kristallgläser! Sie hat mir zugezwinkert. Er hat vorhin die Kellnerin in weniger als einer Minute aufgerissen. Halt die Klappe, Richard. Ich hoffe, eure Eltern haben euch gesagt, dass ihr am Ende sterben werdet. Oh. Ich will, dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Leben zu bereichern. Und ihr habt eine Chance. Greift zu, haltet sie fest, macht sie euch zu eigen. Feiert jeden Augenblick. Wieso ist dein Gärtner hier? Weil er mein Notfallkontakt ist. Das ist sie. Cheers. Cheers. War das alles? Ja, ich denke, ich glaube schon. Ja, es ist alles. Ich bin Richard. Okay. Eine extreme Begrüßung.